Damals Guillotine, heute Gelatine. So denken immer mehr Menschen. Hier ein Beispiel. Ich möchte nun unsere Expertenrunde vorstellen. Dr. Theodor von Schlodewitz, Direktor des Instituts für Schwerstkriminalität. Rolf Druse, Bankräuber, 14 Banküberfälle, 8 Mal mit Geiselnahme. Hermann Kant-Herken, Soziologe und Hobbykrimineller. Frau Dr. Petra Hanebüchle, Hungerstreikberaterin im Dr. Oetker Vollzug in Bielefeld. Also meine Frage an die Expertenrunde lautet, sind Sie für Gelatine im modernen Strafvollzug? Ja? Ja. Nö. Nein. Ich danke Ihnen für dieses offene Wort. Meine Damen und Herren, mein Kopf ist dran, bleiben auch Sie dran. Letztendlich aber, dass dieses Ergebnis überhaupt nicht befriedigend noch einmal hingewiesen ist. Von der Basis her zu tun, zu akzeptieren. Oh, jeez.